Es gibt drei grosse Runden, keine Bananenrunde. Freckig, knapp 23 Meter lang, mit dem 65 und 4 in Costa-Emily. Das wird ziemlich sicher eine Sprintentscheidung geben, weil da bin ich sehr taktisch gefahren. Die zweite Runde. Wenn man Glück kennt, kommt der Regen. Erst am Abend um 8 Uhr, was wir alle hoffen. Oder gar nicht heute, am 1. August. Letzte Runde. Jetzt geht es um die Wurst. Es wird attackiert. Und es sind zwei Läuferinnen, die klar wegkommen, die die Sprintentscheidung oder sie ausmachen wollen. Sehr gut. Super. Also, mit dem Nr. 66 vor dem 65 von Burg Rina. Zweite geht es. Die linke Seite. Das war dann gerade der Reporter der Lückenbogen. Die drinnen und den Nr. 66 von Burg Rina. Ja, da ist die Flüge da nicht. Ja, da ist die Flüge da nicht. Ein Sprint würde ich mal sagen. Er wird ganz eng werden. Der Takt ist gefahren. Über zwei Runden. Jetzt versucht es uns. Also. Klare Sache für das Nummer 65. Coutra Emery. Vorm 6er. Also. Klare Sache für das Nummer 65. Coutra Emery. Vorm 6er. Oh, ja. Wearing yourself, ja. All right, FBZs, you got the grip, but they count the other way, that when you run out of gas, you ain't got the roll. Are you using too much gas? Keep going, I might have for two laps, and kill yourself. Ah, you stupid girl. Let them have the front. Let them have the front, you idiot. Bloody hell. Oh. Oh, oh. I'm not here! Oh, oh, oh! Use that, up that energy to go to the front, let it go to the front! Now get it behind them. Oh, wow. Oh, oh. Oh, oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020